Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky. Mein Name ist Dennis Matthias und heute möchte ich dir gerne Dice Flick zeigen. Das ist ein Spiel erschienen bei Pegasus Spiele für zwei bis vier Spiele im Alter von acht Jahren oder darüber in der Spieldauer von 15 bis 25 Minuten. Wie der Name schon vermuten lässt schnipsen wir Würfel und zwar tun wir das in einen Inlay in dieser Spielbox, versuchen dadurch Kombinationen zu bilden und Punkte zu erzielen. Ich zeig dir mal wie man spielt. Willkommen bei Dice Flick. Es geht darum, dass wir bei dem Spiel Würfel von diesen Plattformen hier in diese Spielzone schnippen und wenn drei Würfel in einer Kombination liegen, also waagerecht oder horizontal aneinander grenzen, so dürfen wir diese werten. Es gibt auch Spezialfelder hier in der Spielfläche. Das hier gibt uns doppelte Punkte für den Würfel, der hier landet und das sind Felder, die wir benutzen dürfen für eine Kombination. Hätten wir also beispielsweise noch zwei gelbe Würfel liegen, können wir mit dieser zwei eine Kombination bilden. Hier oben ist ein Bonusfeld, schnippen wir da rein, dürfen wir einen zusätzlichen Würfel ziehen und schnippen. Zu Beginn unserer Runde ziehen wir aus diesem Beutel Würfel, bis wir insgesamt drei Würfel haben. Dann suchen wir jetzt von diesen drei Würfeln, die wir gezogen haben, zuerst einen Würfel aus, den wir schnippen. Das könnt ihr beispielsweise diesen grünen Würfel hier drauflegen und in das Spielfeld schnippen. Jetzt wählen wir einen zweiten Würfel aus, beispielsweise hier diesen gelben Würfel, schnippen ihn hier hinein. Landet ein Würfel hier in diesem Rand, so wird dieser direkt entfernt und zurück in den Beutel gelegt. Jetzt wäre der nächste Spieler an der Reihe, das überspringen wir einmal. Wir wären wieder dran, ziehen also aus dem Beutel zwei weitere Würfel. Jetzt haben wir schon einen weißen Würfel gezogen, das sind Joker Würfel, die dürfen wir benutzen wie jede andere Farbe. Können wir also versuchen mit dem grünen Würfel hier noch eine Kombination hinzubekommen. Wenn wir es jetzt schaffen, vielleicht den Bonuswürfel da noch reinzuschnippen, nein tun wir nicht. Hätten wir eine Kombination bilden können. Wäre es jetzt beispielsweise hier gelandet, so dürfen wir das ganze hier werten. Das wären dann hier fünf Punkte. Diese vier sind doppelt wegen diesem Feld in der Mitte. Wir hätten damit 13 Punkte erzielt. Diese würden dann direkt wieder zurück in den Beutel gehen. Zusätzlich gibt es noch die sogenannten Knallerwürfel. Das sind die hier. Hätten wir jetzt beispielsweise diese Würfel hier in einer Zeile liegen und würfen dann den Knallerwürfel und schlippen ihn beispielsweise hier rein, dann dürfen wir alle Würfel einer Zeile oder einer Spalte werten. Der Knallerwürfel selbst zählt dabei immer wie sechs Punkte. Das heißt, wir würden hierdurch 17 Punkte erzielen. So, das sind im Prinzip schon alle Regeln. Noch eine Kleinigkeit zur Produktionsqualität. Ich drücke jetzt hier einmal auf dieses Inlay. Man sieht schon, das ist relativ dünn und instabil. Da komme ich gleich noch einmal darauf zu sprechen. So, das ist Dice Flick. Schauen wir uns zuerst die Produktionsqualität an, wie ich dir jetzt gerade schon gezeigt habe. Das Inlay ist sehr dünn und instabil. Eben dadurch, dass die Mitte auch von unten nicht gestützt ist, biegt sich dieses Inlay durch. Da das Spiel jetzt auch freigegeben ist für Spieler acht Jahren oder darüber. Kann es ja durchaus sein, dass das Spiel vielleicht einfach in die Hände fällt von einer Kindergruppe, die vielleicht auch einfach etwas stürmischer spielen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Inlay auch durchaus mal brechen könnte. Also da habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich stabil genug ist. Ansonsten ist die Produktionsqualität in Ordnung. Die Würfel sind von guter Standardqualität, sage ich mal. Viel mehr ist ja gar nicht enthalten. Da ist dann noch der Beutelstift und eben diese Plattform für die Würfel. That's it. Und das gilt leider auch für den Spielspaß. Allzu viel steckt da nicht drin. Warum? Ich fand es sehr interessant, diese Idee, dass man den Würfel schnippt, man Kombinationen bekommen muss und damit löst man dann halt, so hätte ich jetzt vielleicht noch erwartet, irgendwelche Effekte oder Fähigkeiten aus, aber so erzieht man halt seine Punkte. Ja, ich kann natürlich mit meiner Geschicklichkeit steuern, wie die Würfel fallen und kann gucken, dass ich Kombinationen bekomme. Alles andere ist komplett dem Zufall und dem Glück überlassen. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie viele Punkte ich letztendlich erziele. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob eine Eins oder eine Sechs fällt. Von daher kann man einfach nur schnippen und gucken, was dann letztendlich passiert, wie viele Punkte man bekommt und wer dann letztendlich der Gewinner ist. Ja, das wird ein bisschen vom Geschick beeinflusst, dass ich eben halt diese Kombination schaffe, aber ansonsten ist es reine Glückssache. Und deswegen ist halt einfach der Wiederspielwert auch nicht da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ein Kind kommt und sagt, oh, lass uns bitte nochmal Dice-Flick spielen, das war so schön. Da gibt es einfach viele Spiele, die einfach toller sind. Also mein Sohn mit acht Jahren wäre von dem Spiel definitiv nicht angefixt gewesen. Ja, und eben dadurch, dass es sich halt nicht steuern lässt, ist es ein pures Chaos. Und ja, wem ist Dice-Flick dann zum Empfehlen? Wenn du einen absoluten No-Brainer suchst, wo man einfach mal ein paar Würfel hin und her schnippt, man keinen Einfluss darauf hat, wer gewinnt, man lässt sich einfach mal überraschen, dann könnte eventuell Dice-Flick etwas sein. Aber wie gesagt, da gibt es wesentlich bessere Spiele, die ich empfehlen würde. Für wen ist das Spiel nichts? Ja, wenn du halt irgendwie taktisch spielen möchtest, auch bei solchen Geschicklichkeitsspielen ist es ja durchaus möglich. Da fallen mir direkt mehrere ein, also Flickham ab beispielsweise, wo man halt auch planerisch mit so einem Geschicklichkeitsmechanismus umgehen kann. Gibt es hier nicht. Auch wenn du irgendwie Einfluss auf die Punktewertung haben möchtest, gibt es hier ebenfalls auch nicht. Also hier kann man wirklich einfach nur schnippen, Punkte werten, gucken, wer gewinnt und weg oder nächste Partie. Von daher vier Punkte für Dice-Flick. Ich hoffe, dir hat die Spielrezension gefallen. Wenn ja, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao!